Er wird von einigen Fußballfans als der beste Spieler aller Zeiten bezeichnet. Es handelt sich um Lionel Messi. Wir stellen uns heute die Frage, wie würde seine Karriere verlaufen, wenn er nochmal jung ist. Dafür haben wir ihn wieder auf 17 Jahre alt gemacht und er ist gerade frisch zu den Barcelona-Profis aufgestiegen. Im Hintergrund sehen wir dann noch das aktuelle Team von Barcelona, natürlich mit dem Starspieler Lewandowski vorne drin. Aber um ihn herum viele junge, viel versprechende Talente, unter anderem jetzt auch Messi. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im ersten Jahr sind Erling Haaland, Kylian Mbappé, Karim Benzema und Sadio Mane. Und Kylian Mbappé konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, natürlich mit Mbappé, aber auch sehr vielen Manchester City-Spielern sowie einigen Real Madrid-Spielern. Am Ende der Saison hat Barcelona etwas enttäuschend abgeschnitten. Dritter Platz hieß es nur hinter Real Madrid und Atletico Madrid, die mit einem Punkt Vorsprung Meister wurden. Dafür konnte aber Barcelona in der Copa de España absolut überzeugen. Mit einem 3-2-Sieg gegen Sevilla im Finale konnte man sich den Pokal sichern. In der Champions League sah es nicht so gut aus, dort ist man gegen Wolfsburg schon im Achtelfinale rausgeflogen. Und am Ende konnte Manchester City deutlich gegen Liverpool gewinnen und sich damit ihren ersten Champions-League-Titel sichern. Messi konnte dafür aber in seiner ersten Profisaison absolut überzeugen. Und zwar in 53 Einsätzen sind ihm 24 Tore und 10 Torverlagen gelungen und er ist hoch auf eine 82. Und an der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen und mitzubestimmen in Zukunft, welchen Spieler wir machen werden. Und es geht damit in die zweite Saison für Messi, natürlich bleibt er weiterhin bei Barcelona. Im Hintergrund sehen wir dann nochmal das Team von Barcelona, an dem sich aber nicht wirklich was verändert hat. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Joao Felix, Erling Haaland, Kai Havertz und Kylian Mbappé. Und gewonnen hat Kylian Mbappé. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, natürlich wieder mit Mbappé vorhanden und Erling Haaland vor einem Sturm. Aber auch sehr vielen Manchester City-Spielern, aber auch von Chelsea zum Beispiel, Rich James oder Kante. Am Ende der Saison landete Barcelona auf dem zweiten Platz, hinter Real Madrid. Drei Punkte Unterschied haben gefehlt, um den Meistertitel sich zu sichern. In der Copa del España sah es sehr gut aus, lange Zeit. Man konnte das Finale erreichen, aber dann war leider Schluss gegen Atletico Madrid, hat man nämlich knapp verloren. In der Champions League hat es Barcelona geschafft, bis ins vierte Finale zu kommen. Dort war dann aber überraschenderweise sehr deutlich Schluss gegen Leverkusen und zwar mit 6 zu 2 am Ende im Gesamtergebnis. Und im Finale hat dann Leverkusen aber gegen Real Madrid verloren und damit hat Real Madrid sich die nächste Champions League gesichert. Und Messi konnte eine absolut solide zweite Saison bei Barcelona spielen, 21 Tore und 8 Torverlagen konnte er erzielen, in 55 einsetzen und er ist jetzt hoch auf eine 88. Und weil Messi nicht mehr so die Hoffnung hatte auf den internationalen Erfolg in der Champions League mit Barcelona, hat er sich entschieden zu Neapel zu wechseln, wie einst sein argentinischer Vorgänger Diego Maradona. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Neapel. Messi spielt neben seinem argentinischen Kollegen Julian Alvarez und natürlich den Namen von dem Georga werde ich nicht aussprechen, aber auch sonst sehr vielen jungen Talenten. Also das Team hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Phil Foden und Erling Haaland. Und Erling Haaland konnte seinen ersten Ballon d'Or Titel gewinnen. Die saß natürlich dann auch im Team des Jahres, wie wir hier im Hintergrund sehen, mit Mbappé natürlich vorne, aber diesmal auch neben vielen Manchester City-Spielern wie immer auch, auch diesmal Bayern-Spieler wie Masraoui und Kimmich. Am Ende der Saison ist Neapel mit Messi unter anderem ganz knapp gescheitert an der Meisterschaft. Ein Punkt ist man nur hinter Juventus Turin gelandet und damit nur zweiter Platz gewonnen. Dafür war Neapel in der Copa Italia erfolgreich, dort konnte man im Finale Hellas Veronas mit 3 zu 2 besiegen und sich den Titel sichern. In der Champions League war die Reise für Neapel relativ früh Schluss, dort ist man nämlich im 8. Finale ziemlich deutlich gegen Tottenham rausgeflogen und am Ende konnte Chelsea im Finale gegen Paris Saint-Germain 2-1 gewinnen und sich damit den Champions-League-Titel sichern. Lionel Messi hat dabei eine sehr gute erste Saison für Neapel gespielt, dabei sind ihm nämlich 23 Tore und 7 Torverlagen gelungen in 46 Einsätzen insgesamt und er ist jetzt hoch auf eine 89. Und es geht in die 4. Saison für Lionel Messi, weiterhin bei Neapel natürlich, er hat die Hoffnung den Champions-League-Titel zu gewinnen. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Neapel, an dem sich wirklich nicht viel verändert hat, außer dass Florian Wirz ins Team gestoßen ist und Donnarumma ins Tor, aber natürlich haben sich die Spieler ordentlich entwickelt und damit ist einiges möglich. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im 4. Jahr sind Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Pulisic und Kai Havertz. Und Kai Havertz konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, natürlich Havertz dabei, Mbappé dabei, aber dann auch einige Spieler von Chelsea, wie zum Beispiel Chilwell, James und so weiter. In dieser Saison hieß es für Neapel am Ende auch nur der dritte Platz, man musste sich hinter AC Mailand und Juventus Turin einordnen. Und auch in der Copa Italia war es nicht so erfolgreich, diesmal ist man im 4. Finale nämlich schon ausgeschieden gegen Bologna und am Ende konnte Inter Mailand diesen Cup für sich entscheiden und gewinnen. In der Champions League ist man auch schon wieder rausgeflogen früh und zwar im 8. Finale, diesmal ganz knapp gegen Borussia Dortmund und am Ende konnte Leipzig im Finale gegen Real Madrid im Elfmeterschießen gewinnen. Messi konnte aber wieder eine starke Saison spielen, 21 Tore und 17 Torvorlagen gehen auf sein Konto und das im ganzen 49 einsetzen und er ist jetzt hoch auf eine 91. Und an der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen und mitzubestimmen in Zukunft, welchen Spieler wir machen werden. Und weil Neapel nicht so überzeugen konnte im Kampf um Titel, hat sich Messi entschieden wieder zurückzukehren nach seiner Heimat oder zu seiner Heimat Barcelona. Im Hintergrund sehen wir noch das Team von Barcelona, das hat sich natürlich auch einen Ticken geändert im Vergleich zu den Jahren davor, wo Messi noch da war. Diesmal haben wir einfach richtig gute Talente wie Nkunku, Declan Rice, Tomori sind einfach gewechselt nach Barcelona. Und die Favoriten auf dem Ballon d'Or im fünften Jahr sind Phil Foden, Vinicius Junior, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Und Vinicius Junior konnte seinen ersten Ballon d'Or Titel gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, diesmal natürlich Vinicius Junior, Erling Haaland vorne im Sturm, aber auch diesmal viele Bayern München Spieler. Masraoui, Kimmich, Musiala, aber natürlich auch aus anderen Vereinen wie Real Madrid, Arzim Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester City. Aber Barcelona konnte wieder am Ende der Saison nicht erfolgreich in der Saison abschneiden, denn man musste sich wieder geschlagen geben gegen Real Madrid und wurde somit nur zweiter Platz. Dafür ließ es deutlich besser in der Copa de España und zwar konnte man dort im Finale gegen Sevilla mit 2-0 gewinnen und sich damit den Liga-Pokal sichern. In der Champions League sah es sehr lange gut aus, dort ist man bis ins Halbfinale gekommen, dann ist man aber gegen Juventus Turin leider rausgeflogen kurz vorm Finale, die dann auch das Finale gewinnen konnten gegen den Ex-Verein von Messi und zwar Neapel. Leona Messi konnte eine starke Rückkehrersaison spielen, sage ich mal und zwar 24 Tore und 11 Torpollern sind ihm gelungen und er bleibt weiterhin auf einer 91. Und selbstverständlich geht es für Messi auch in der sechsten Saison weiterhin beim Barcelona weiter und zwar hat er jetzt Hoffnung auf jeden Fall die Titel zu erobern. Im Hintergrund sehen wir dann noch das aktuelle Team von Barcelona, an dem sich natürlich nichts verändert hat, nur dass die Spieler sich etwas verbessert haben. Und die Favoriten auf den Ballon d'Or in der sechsten Saison sind die üblichen Verdächtigen, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Erling Haaland und Phil Foden. Und Vinicius Junior konnte seinen Ballon d'Or Titel verteidigen. Hier im Hintergrund sehen wir dann natürlich noch das Team des Jahres, diesmal mit Ex-Kollegen von Messi, von Neapel, aber auch aktuellen Kollegen wie Petry und De Jong. Und Barcelona hat es endlich mal geschafft die Liga zu gewinnen und zwar diesmal auch mit einem 9-Punkte-Vorsprung, also noch nicht mal knapp vor Real Madrid wurde man deutlich erster Platz. In der Copa de España sah es lange auch sehr gut aus, dort konnte Barcelona das Finale erreichen, dort war dann aber überraschenderweise Schluss oder hat man eine Niederlage verzeichnen müssen gegen Real Valladolid. Und sie haben es geschafft den Trippeltraum zu zerstören, denn Barcelona hat es auch ins Champions-League-Finale geschafft und dort haben sie dann gegen den spanischen Rivalen Atletico Madrid sogar gewonnen und damit sich die Champions-League gesichert. Messi hat auch eine sehr solide Saison gespielt, 14 Tore und 17 Torvorlagen sind ihm gelungen und er ist hoch auf eine 92. Und nach dem Champions-League-Sieg geht es auch in die letzte Saison dieser Karriere-Simulation für Messi und zwar bleibt er natürlich weiterhin bei Barcelona. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das aktuelle Team von Barcelona, an dem sich aber auch nichts verändert hat. Und in der siebten Saison gehörte dann Messi auch sogar zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Ferran Torres, Erling Haaland und Christopher Nkunku. Und Ferran Torres hat den Ballon d'Or-Titel gewonnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann das Team Offset hier, wo dann aber Messi vorhanden ist, wie fast alle seine Teamkollegen und Bellingham. Barcelona konnte seinen Liga-Titel verteidigen und zwar diesmal auch wieder mit einem sehr guten Vorsprung und zwar 11 Punkte vor Real Madrid hat man sich den ersten Platz gesichert. Und diesmal war man auch wieder im spanischen Pokal erfolgreich und zwar konnte man dort im Finale gegen Atletic Bilbao 3-2 gewinnen und sich damit den Cup und das nationale Double sichern. Und auch in der Champions-League konnte man das Finale wieder erreichen und auch den Champions-League-Titel wieder verteidigen und zwar gegen Bayern hat man im Finale knapp 4-3 gewonnen und damit wieder der nächste Champions-League-Titel für Messi. Und aufgrund seiner starken Leistung hat es Lionel Messi geschafft auch im folgenden Jahr den Ballon d'Or-Titel zu gewinnen. Schaut euch auch gerne die vergangenen Spielerkarrieren oder die Playlist dazu an und lasst ein Abo da, um weite Folgen nicht mehr zu verpassen und mitzubestimmen, welchen Spieler wir machen werden. Also da war die